Rapper Massiv hat viele neue Pläne für das neue Jahr und eine wichtige Person in seinem Leben bekommt ein Apartment geschenkt. Seit Jahren sind viele Rapper in Dubai unterwegs oder wandern sogar komplett aus. Unter anderem Bushido, Animus und nun auch Massiv. Viele Vorteile sprechen dafür, Deutschland für immer zu verlassen, wenn man viel Geld macht oder machen möchte. Auch Massiv, der mehrere Läden besitzt, weiß das. Nun hat er sich ein Apartment gekauft in Dubai und spricht in seiner neuesten Rede darüber, dass er auch einer weiteren wichtigen Person ein Apartment gekauft hat, damit sie nebeneinander wohnen können. Schnell wird klar, es handelt sich hierbei um seinen Kumpel und Geschäftspartner Ashraf Ramo, denn er ist seit Beginn der Karriere von Massiv mit dabei. Außerdem befindet er sich momentan in der Türkei und daher passt die Beschreibung am besten zu ihm. Hier hört es euch an. Und wir sollten immer für unsere Freunde da sein und ich habe mir sehr viel gegönnt die letzten Jahre und ich bin dafür auch dankbar, weil ich komme von viel, dann wieder von nichts und dann wieder zu viel. Also ich kenne dieses ganze auf und ab und Allah hat mir die Chance gegeben, dass ich nochmal mit meinem Handwerk etwas verdienen kann und das auch so einsetzen kann, dass eventuell inshallah meine Familie was davon haben wird. Besonders Malika, das treibt mich natürlich sehr, sehr an. Mein Grundstück ist gerade voll in der Bebauung. Allmassiv bei Entertainment, Park is coming, mein eigenes Gym, mein eigenes Kino, mein eigenes Studio, mein eigener Twitch-Room. Also ich werde sehr, sehr viel dort haben und euch sehr, sehr viel Content liefern. Massiv unterwegs, wird dann jede Woche auch einen Blog feiern auf YouTube. Das wird wahnsinnig. Und wieder da anzusetzen, wo ich vorne in der Mitte war beim Video. Man darf niemals vergessen, wer seit dem ersten Tag an eurer Seite war. Und eine ganz besondere Person war seit Tag eins bei mir an meiner Seite und das werde ich für immer schätzen und ich vergesse nichts. Und wir arbeiten seit 17 Jahren jetzt schon zusammen und wir sind eine Hand, wir sind eine Familie. Ich weiß, mein Bruderherz, das kommt jetzt direkt und sehr spontan, aber ich muss dich davon überzeugen, dich rauszureißen aus deinem wunderschönen Türkei. Du liebst Türkei über alles. Du hast dir ein paar Sachen dort zugelegt, auch in Dubai ein paar Sachen zugelegt, aber mehr anlagemäßig. Ich habe mir auch ein paar Sachen zugelegt, du weißt ja Bescheid. Aber eine Sache, da muss ich dich mit reinziehen, mein Bruderherz. Das ist ein Apartment mit dem Gym, mit dem Sauna, mit dem Friseur, mit alles dran und dran. Und ich zwinge dich gegenüber von mir einzuziehen. Das ist gerade in der Bebauung und wenn es fertig ist, dann beziehen wir das zusammen. Und wenn es nur zwei, drei oder sechs Monate im Jahr sind, dir wird es gefallen, mein Bruderherz. Denn wir müssen jetzt endlich mal ein wenig zur Ruhe kommen und ein wenig Spaß haben, mein Bruderherz. Deswegen, dieses Apartment bekommst du von mir geschenkt, mein Bruder. Und das hast du dir verdient, denn du bist seit Tag 1 an meiner Seite. Und es ist ein wunderschönes Apartment. Wir werden jeden Tag zusammen trainieren. Ob du willst oder nicht, ich zwinge dich, mein Bruder. Jeder, der mich kennt, der weiß, wen ich meine. Ist eine ganz besondere Person. Und das kommt von Herzen. An die RapCheck Community. Jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich, was momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Wie findet ihr die Idee von Massiv? Und findet ihr es krass, was er dieses Jahr alles geschafft hat? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.